und damit herzlich willkommen zurück zu bevor wie lief weiter geht es hier und ich denke mal wir brauchen zement ich denke mal wir werden uns so langsam so langsam wirklich richtung ende bewegende den brauchen wir dann schicken wir den zweiten auch noch der ist automatisch noch hier der ist auch automatisch der ist auch automatisch werden wir uns so langsam mal richtung ende des let's place bewegen wir haben alles erforscht und viel mehr können wir auch nicht mehr machen wir könnten hier noch die dekorationen bauen aber ob die sinnvoll sind ich weiß ja nicht ich weiß ja nicht wir gucken mal wir gucken mal wie viele folgen ist noch werden aber jetzt brauchen wir erstmal hier den schmeichler da brauchen noch zement das heißt der eine wird der beladen wie opfern ein zweites schiff bewegen dahin so du wirst voll geladen da kannst du schon mal hier runter fliegen dann genau siehst du wunderbar dankeschön der geht dann dahin da haben wir brot 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 für die welt brauchen auch noch zum verbessern brauchen wir da auch zement du bist da angekommen orbit 4 da alles entladen dann können wir nämlich da ja hör doch dann meckern auf wo ist mein da ist mein handelsschiff du kannst einmal 20 brauchen wir eine transferieren dann nehmen wir die nämlich auch noch mit dann können wir die darüber bringen ich hoffe können sich nicht über land bewegen haben die keine beine was fehlt uns da noch stahl da fehlt uns noch stahl da hinten so wenn uns da doch noch stahl fehlt dann könnten wir das doch dahin bringen alles warum hat er die äpfel ich weiß nicht was ich weiß nicht wie viel stahl wir brauchen ich nehme jetzt mal er kommt nehmen die 21 mit dann bringen wir die darunter nachricht von troy inselbrot ich bin ziemlich hoch ich vermisse den geschmack von kartoffeln insel 3 muss dann hier gewesen sein hier sind doch kartoffeln ich weiß auch gar nicht was du hast menschen stellt sich aber auch ein bisschen an darf statt mal so sagen darf ich das mal so sagen alles entladen so dann schicken wir dich darüber dann wird euch hier schon mal ein ganzes stück weiter gebaut oder ach nee stimmt ja gar nicht das muss ich ja erst mal hier rüber bringen da muss ich ja erst mal darüber bringen stimmt ja sonst geht das ja nicht da hat er 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 hat mensch dann müssen wir ja auch noch machen aber geht ja schnell 10 15 20 von direkt oben die bliebte die bliebte der ist auch da 30 bräuchten wir noch cement cement wir brauchen cement da wir nehmen 40 50 mit 49 nehmen wir mit du bist voll dann gehst du noch einmal hier runter alles entladen da fährst du nicht darüber für die nächste fuhre gleich guck mal hier wird gebaut hier wird gebaut alter wird das ein monströses dinge ist ja nicht mehr normal du bist einsatzbereit sehr schön bewegen darunter was sagt das essen hier kartoffeln sind da da machen bewegen planet 4 dahin du bist da dann laden wir dich mit essen nummer voll das 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 80 und davon wasser nicht nimm mal 10 t mit transferieren so dann schickt man die nämlich zu planet 7 du bist da hast du brot für die welt ich könnte noch eigentlich voll an auf planet 6 bringen dass das brot das 80 und dann gibt es noch ein bisschen milch dazu so so dann werden die alle meinung her schippert hier dann passt das nämlich auch dann gucken wir mal wie weit die cement es fehlt nur noch an zement was fehlt hier glas guck mal da brauchen wir noch glas sehr schön du bist voll planet 7 du bist voll was fehlt ab brot fehlt noch kommen dann lassen brot draußen lassen brot draußen bewegen planet 6 du fliegst reich zum kachel planeten habe ich hier glas ich habe ich nicht du bist da habe ich dann glas ja dann nimmst du von da das glas mit und du bringst das mal zu planet 5 ich vermisse den mark von gemüse es kartoffeln kann doch nicht so schwer sein es kartoffeln wo gehst du hin entladen so entladen dann können wir da noch einmal hin und her schippern bitte 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 da einmal cementus voll machen und machen den bringen wir die nämlich rüber 10 15 15 25 20 30 wunderbar einmal hierhin bitte alles entladen so dann können die idee nämlich fertig bauen dann haben die die nämlich auch schon so ich habe hier kein glas doch habe ich aber wieso wird meine raumsonde dann hier mein raumschiff nicht beladen alles entladen wo schicken wir dich denn hin schicken wir dich dahin so und zu krache planet möchtest du dieses schiff wirklich nicht manuell muss versetzen ja ich habe jetzt echt gedacht ich könnte den manuell herunter schicken bleibt doch da hat doch auf ach ja gut dann machen das so dann machen das so dann schickt man sich auch auf automatik kurs du bist da unten alles entladen so da kann den dann im staat komische die komische blähungsmaschine abbauen wir können da weiterbauen dem 16 zement fühlen manchmal die erstes das erste modul ist achtung alle welter umwahl werden diesen planeten besucher besuchen bereite deine verteidigung vor ich habe keine verteidigung verteidigung nicht vorhanden zement 19 habe ich noch dann laden wir die auch noch auf dem baum und da das erste modul rein das heißt wir haben dann dauer gäste hier ja sehr schön sehr schön du fliegst darunter du bist da ihr habt ihr habt auch da ist auch alles in ordnung wir könnten aber von da aus zement dürfte wieso wenn ich keine tüftelein mehr gebaut hallo insel wo bist du hier noch rot wieso werden hier keine tüftelein mehr gebaut was ist euer problem zement hersteller sand werkzeug schmiede tüftler bude kein lagerplatz es fehlt nager platz dann kann das ja auch nicht funktionieren und habe ich hier entdeckte dann kann man die doch abreißen ja wird hier sand abgebaut holzfäller hütte hier könnte man noch einen reiniger reinbauen dann müssten wir da werkzeug rüberbringen werkzeug 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 transferieren und bringst du da ein werkzeug darüber und hier müssten wir sand haben wird akkommandau sand geht raus da rein wunderbar ok wunderbar keine ressourcen ja ich weiß du bist fertig dann kann man im hier die tüftelein mit reinbauen hier haben wir essen da kommt dann auch wasser chemie raus das rein und kommt wasser chemie pack mal hier unten mit rein guck mal da ist zement da ist chemie keine sonneneinstrahlung keine ressourcen die arbeiten auch sehr schön den habe ich auch so dann kann man den auch verbessern du bist da ne dann können wir dich zum karre planeten schicken dich haben wir da du bist da du bist da oben angekommen dich können wir entladen wird nämlich da ist auch weiter gebaut der minotaurus ist geflohen sehr schön fügt das zweite modul hinzu ach ernsthaft jetzt 1 2 3 ich brauche chemie zement und elektronik muss ich ja noch 10.000 module bauen zement chemie elektronik das das habe ich hier elektronik drauf nehmen doch können wir damit es einfacher ist eigentlich ja schon einen hafen startplattform ermöglicht den bau eines du kannst nur einen raumhafen pro plan ja dann müssen die anderen abreißen dann reißen wir den anderen hier ab raumhafen und tschüss so bauen wir den nämlich da hin dann bauen wir den da hin zufrieden hat deiner bürger von insel 2 auf tüfte lang ja 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 die sind alle unglücklich alle okay alter alles das denn verbesser mal oh mein gott dann müssen wir hier auf jeden fall ein chemiedings hinbauen ein reiniger warum wir denen da hin so bauen wir den da hin bewegen kacheplanet wir haben keine äpfel mehr bitte was bitte was bitte was bitte was bitte 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 was bitte was wir haben keine äpfel glas und äpfel oder stimmt das jetzt da packen wir die mal mit da rein kann ich hier keine obstbäume baut ne tatsache ich kann keine obstbäume baut dann verbessern wir hier das modul nummer zwei ok sie sind ja unterwegs die sind ja unterwegs lass uns gucken wo sind sie denn da kommen sie du bist da oben du bist da ja gut dann werden wir noch ein zwei folgen brauchen dann werden wir noch ein paar folgen brauche bis wir das hier fertig haben aber ist ja auch nicht schlimm brauchen auch zement könnte uns ja in der nächsten folge überlegen stahl stahl hat keinen lagerplatz doch könnte uns in der nächsten folge überlegen ob wir hier noch anfangen die statuen zu bauen oder so aber das entscheide ich dann ganz spontan muss mal gucken das müssen wir dann mal gucken auf auf jeden fall bis zum nächsten mal